Nora, 90 Sekunden, da wieder. Ja gut, das reicht. Mit einem Schwung. Gut, genau. Das darf man, das darf man gehen. Das darf man gehen. Es ist ein Rutscher. Es ist, es ist, es ist, wo bitte? Noch ein bisschen, noch ein bisschen, Nora. Henry, er geht sie. Oh. Nora, Nora, die regiert, Carolina auch noch. Und wir gleich hinweisen. Das darf man gehen. Oh, links. Klingt leider. Ja, okay. Klingt hier. Ja, auf dem Tisch ist noch einer. Hier, und hier, den kannst du mitnehmen. Der ist bei, wo sie einmal sind? Das ist die, die ich kannte. Was? Die ist nicht kannte. Ja. Wer ist das mit der Brille? Lena, Marc Forster, Marc Forster. Hau an. Jetzt haben Sie gesehen, dass es hier ein kleines Problem, einen kleinen Unfall gegeben hat. Nora ist umgeknickt. Und wir haben deshalb abgebrochen und haben erstmal unsere Sanitäter drauf schauen lassen und dann einen Arzt. Und der Arzt hat entschieden, es ist zwar nichts Dramatisches, aber es wäre eben lieber, wenn Nora ins Krankenhaus geht, um das zu überprüfen. Und deshalb ist Nora auf dem Weg im Krankenhaus. Das geht ihr aber soweit gut. Ja. Frau Linge, du hast auch mit ihr gesprochen. Und als sie abtransportiert wurde, hat sie noch gesagt, sie möchte, dass du das Ding nach Hause bringst. Ja. Weil tatsächlich, ihr hattet ja noch 20 Sekunden Zeit. Tatsächlich hattet ihr das Finale schon erreicht. Wir gehen einmal ganz kurz durch und dann zählen wir das ab. Ladies first. Durch die Türen. Und dann, wenn es sozusagen dann auch spielerisch eine Richtigkeit hat. Hier sind Bastian Schmerz. Hier sind Bastian Schmerz.